Keine Skills. Der kann nicht mal gerade ausschießen. Selbst wenn die Ziele stillstehen, trifft er sie nicht. Ein bisschen mehr nach rechts? Nein, links! Du machst es so schlimmer! Egal womit er schießt, er dürfte der schlechteste Schütze der Welt sein. Vielleicht sogar der schlechteste der ganzen Galaxie. Selbst mit Superkräften wäre er alles andere als super. Was ein Easy Win. Egal immobilien! Egal någonting! Untertitelung des ZDF, 2020